keine sorge sie ist bald richtig bedient sobald ich fertig bin weil ich mit ihr fertig bin und ihr versteht das ist die scheiße klug wie ich das gerade richtig scheiße allangiert habe da unten ist mein radio kein pandabeeren habe ich frisch gefangen gefangen irgendwie ist das deutlich einfacher als die letzte mission der vorherigen kampagne kampagne landdings ihr wisst schon gemüse habe ich über 1000 mehr was ist das für nonsens ich kann noch nichts neues kaufen mit 825 so stimmen wir uns mal dahin hier können auch eine parfumflasche oder so was sein hässlicher wasen fan 25 ich glaube schon lasst euch ziehen ich hasse das wenn die menschen sich nicht ziehen lassen wollen ich habe nur begrenzt zeit gut ich glaube ich weiß gar nicht habe ich dann noch begrenzt zeit ich will ja leute ziehen ja ja du mich auch Ich muss die ganzen Leute hier mal loswerden, so wie ich sie hier rüberschieben kann. Und ich muss gleichzeitig solche Sachen tun, hier, Zeug, ne? Ich muss gleichzeitig spielen werden die Spiele. So, hier, komm, wir haben es bald geschafft. Duftkerze aktivieren. Giftgas eingeleitet, so. Weil ihre Sinne alle benebelt sind, kann ich sie einfach ihr Geld wegnehmen. Wo wird er Zeug verkaufen? Ey, Zeug bezahlen lassen, ey. Geld. Das ist wichtig, ja. Die Lüge höre ich öfters. Okay. Das sag ich den Frauen auch immer, wenn ich sie nicht erinnerst, nein. Ja. Guck, wo wirst du mal fertig? Ja, jetzt habe ich es natürlich wieder falsch gemacht. Ech. Mit dem Kotzen. Ich muss da noch ein bisschen was tun. Ähm, Radio... Warte, noch einen Moment. Glaube ich, hoffe ich. Gehe ich davon aus. Mhm. Okay, schön. Ja, mach es an. Gut, äh, lass mich lieber bezahlen, sonst darf ich gleich wieder warten, ja, ich darf warten Ich weiß Mach dann 50 Euro für einmal Was? Ist das irgendwie ziemlich einfach, warum? Also vergleich zur letzten Okay, dann muss ich die eine Mission Bleibt das die ganze Mission jetzt hier über, die Kampagne, was auch immer Wo baue ich denn den Laden? Ach, da unten baue ich den Laden Reiß ab, die Scheiße Ist nur Australien, reiß ab Neuseeland Ist das selbe in grün Ich weiß auch nicht, warum ich überhaupt warte, bis der jetzt scheiß Laden fertig ist So, eh, das mal dieselbe Animation Ich kann nichts kaufen Hier gibt's nichts zum Kaufen für Pistole Also ich war nicht erst Valentinstag Ach ne, da war ich noch irgendwie in Amerika oder so Oder was, Frankreich, was weiß ich Hab nicht aufgepasst Passt in Let's Plays nie auf Kommt man denn da hin, wenn ich aufpassen würde? Setzt euch Setzen, hab ich gesagt Das gibt ein paar aufs Maul Oh, der will direkt bezahlen, find ich gut Leute ohne Ansprüche sind mir die Liebsten Die haben nämlich keine Ansprüche Feststellung, der Wahnsinn Oh nein, ich kann nicht Ich muss hier Blumen schneiden Weil der Gärtner das immer noch nicht selbstständig tun, obwohl er es tun sollte Ich bin mir grad ein, ob ich vom letzten Mal überhaupt Schmetterlinge benutzt Bin mir grad nicht ganz sicher Und tschüss, komm Tschüss dich da mal Überlaufen Sofort Achso Die wollen gar nicht erst irgendwie Na dann eben nicht Wenn ihr nicht wollt, dann Suche ich halt keine Vase vor euch raus Für euch hatte ich mir die Mühe gemacht, aber ihr wollt ja nicht Wenn ich will, der hat schon So, ich aktivier mal die Duftkerze Die Leute glauben immer noch so eine Duftkerze Naja, Idioten muss es immer jeder geben Hier rüber Hässlichen Korb Jawohl Kannst du gleich über deinen Kopf stülpen Das ist nämlich hässlich, wenn die Nacht finstern Passt zu deinem Gesicht Äh Also, nee, Moment, was Das war mir da bei den Unsinn Muss man das Radio anwerfen Dass es mit Batterien läuft, weil Gibt's keine andere Möglichkeit Okay Thanks, Jasmine That's great Ja, zack Du gehst auch hier arbeiten Und ich geh hier Geld aufholen Jetzt wird's schon enger Ja, ich mag's Passt Läuft Geht durch Warten Sieg, endlich Billy und Sarah gehen für ihre Filterwochen nach Hawaii Er ist natürlich komplett eingegraben Oh, Billy, das Wasser ist perfekt Müsste er da nicht normal ersticken, weil er den Brustkorb nicht mehr bewegen kann? Ich glaube schon Ja, sie kann natürlich nicht rauskommen in den Ausgraben, das geht nicht Aber er müsste so normal ersticken, weil der Brustkorb sich nicht mehr ausdehnen kann Praktisch, wenn er Luft holt und deswegen keine Luft mehr bekommt Aber Realismus Hier werden Menschen getötet in dem Spiel, das ist voll brutal Wenn ich nicht erwartet Das überrascht mich Da würdest du mal angeht mit Blumen und so spielen Ne, wie soll ich mal mit deiner Blumen spielen Oh Gott Die Witze Die sind nicht jugendfrei Schaut diese Let's Play auf keinen Fall an Wenn ihr Unter 38 Jahre alt seid Und auch nicht vor 15 Uhr 16 Mhm Danach geht das schon, aber vorher nicht Und die Apparat nach vorne Das ist das, wenn man so schnell klickt Okay Das ist das, wenn man... Nein, was meine denn? So will die kein Gamecube, was soll denn der Unsinn? Die Leute wollen doch immer ein Gamecube Warum will die jetzt kein Gamecube? Warum kann ich kein Deutsch? Warum ziehe ich jetzt die falsche rüber? Fragen über Fragen Okay 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 Diese Fragen Diese Entscheidungen Dieser Stress Die mich mal gewachsen Hier So, ich nehme mal wieder Ausnahmsweise nehme ich mal wieder die richtige Wow Ja, ja Jetzt komm schon Lass dich da ziehen Lass dich ziehen Okay Okay, okay Was ist los hier? Ich hoffe, es reicht Nö, es wird ja eigentlich nicht reichen Okay Mhm So, komm Auf, wir haben nicht ewig Zeit Okay Doch haben wir, aber Sonst geht es gerade nicht Schleifen Duftkerze Okay 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 Mehr schleifen Ach, ich muss schon wieder bezahlen lassen Das ist doch nicht wahr Gut, hier Das wird ja nicht reichen, oder? Sieht schlecht aus Sieht schlecht aus Sieht schlecht aus Obwohl, ne Vielleicht Mal gucken Yes Muss mal wieder Blumen schneiden Äh, wieder rüber Und dann bezahlen Zahlen ist gerade eine gute Idee Wie ich finde Ich finde, die Zahlen ist eine gute Idee Halt Nein Nein, ich habe rechte Maustaste gedrückt Ach, dann tun sie wieder alle nix mehr Weil Oder ich tue da nix mehr Weil Ah Irgendwie ändere ich das Ah, okay Es geht doch Irgendwie Rechts Maustaste Kann man irgendwie die Befehle abbrechen Aber das funktioniert nur so bedingt Habe ich das Gefühl Egal, wir haben es geschafft Ich habe einen Moment lang gedacht Ich müsste die Mission jetzt nochmal neu starten Moment, was? Habe ich da eben zweimal die eine Frau abkassiert? Nee, oder? Nee Nee, das habe ich mir glaube ich noch eingebildet Das wäre ein Ressander Back Wenn das funktionieren würde So, wir bauen wieder einen hässlichen Laden Irgendwann einen Wald Dann würde ich auch einen Blumenladen Kau bauen Irgendwann einen Wald Jawohl Passt Gut, auf zum sechsten Tag 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 6 Jasmin hat ihren Blumenladen für jeden geöffnet Äh, was? Jasmin's Blumenladen Klingt wie der Name von einem ganz schlechten Porno Äh, was? Ich spiele dann mal weiter Oh Gott Das Niveau wird langsam echt kritisch Hm? Aha Ach, nix Auch nicht schlimmer als sonst immer Okay Du setzt dich denn nicht mal rein Aha Du kommst drin, kannst rausgucken Immer noch Ich kann den Russen angucken, was? Hm? 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 Mensch Mensch, Meier Seit wann hast du den Müller? Hm? 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 Wo wollen wir das alle tun? Okay Ja Aktivieren mal das hier Hm? Ich geh mal bezahlen lassen Hm? Ich geh mal Hm? Ganz viel machen Um Hm? Hm? Wo ist denn jetzt wie Platz frei Twelve So ist Platz frei Hm Okay Hm? Nebenwo ist Platz frei Was heißt Hm? Okay. Ah, so. Und Blumen schneiden. Und rüberziehen? Nein, dich muss ich rüberziehen. Okay. Und die Duftkerze muss ich aktivieren, sonst wird das nichts. So, los, 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 los. Okay. Du kommst mal rein, habe ich gesagt. Komm doch rein. Dann kannst du wieder rausgucken. Richtig machen. Richtig machen funktioniert. So, ich muss die, nee, ich muss die ja und ich muss, ich muss, es könnte auch ein hässlicher Ballon sein. Es läuft, es läuft. Nee, okay, ist hier gar nichts. Ich könnte, habe ich die Duftkerze, ich habe die Duftkerze schon verbrannt. Ich habe noch das Radio irgendwo da. Yes, Radio. Das rettet mir das Leben. Bin ich mir sicher. Das ist gelogen, aber das steht halt. Schmetterlinge aktivieren. Die müssen es jetzt rausreißen. Ich habe noch nicht mal das Ziel erreicht, was? Das ist ja noch Zeit hier. Okay, ich habe es. Ich vergesse, was ich gesagt habe. Jetzt will ich mal was ausprobieren. 490. Ich glaube, ich habe da einen Bug gefunden. Sehr gut. Die würde ich natürlich niemals ausnutzen, außer immer. Ich kann nicht. Ich habe 1207. Wofür bekommt man noch so viele, wenn man es nicht mehr ausgeben kann? Es ist schon wieder Weihnachten, hey. Wie lange ich doch dieses Blumenläden schon für, der Wahnsinn. Könnte ich ein Weihnachts-Special draus machen. So, hier, Vase. Ah, Weiß, Grün. Noch mehr Grün. Grün zu Grün, das Grüne Grün. So. Grüne Grüne, so Grün grünig. Egal. Okay. So, setz dich mal da rein. Setzen sie sich in den Stuhl, dann... Ich kann auch beim Gynäkologen sagen, oder? Obwohl, ich weiß, ich war da noch nie, aber... Also, wie die sich da immer in den Stuhl setzen, der Wahnsinn. Egal, wir kriegen das hin. Ich habe da volles Vertrauen in meine Fähigkeiten. Ja, war gut. Ich weiß, welche Fähigkeiten. Also, ich glaube, ich will mal den Blumenstrauß aktivieren und die Schmetterlinge. Ah, das kriegt man hin. Außergewöhnlich. So, hier, Vase aktivieren. Blumen schneiden. Vase aktivieren. Vase aktivieren, ja genau. So, aktiviere die Vase. Mein Gott, nicht die Vase. Das ist gerade ein bisschen voll. Aktiviere die Kerze. Mein Gott, aktiviere die Kerze. Er ist völlig irre geworden. Ich habe die Falsche schon wieder reingesetzt. Okay. Und hier. Ah, ich bin überfordert bei der Gesamtsituation. So dezent. Ja. Okay. Aber nur ganz dezent. So, machen wir hier die fette Mucke an. Ich kann gerade nicht so. Oh. So, ich soll da vielleicht mal loslaufen. Ach was. Loslaufen ist irre bewertet. Gut. Ich zocke die jetzt mal doppelt ab. Funktioniert halt echt. Egal. Oder? Ne, doch irgendwie nicht. Steht nur doppelt da. Keine Ahnung. Bin mir nicht sicher, ob es funktioniert. Vielleicht. Bei den Vorbereitungen helfen. Na klar. Es ist klar. Jeder kommt, um bei Vorbereitungen zu helfen. Die Lichter sind da. Das Licht ist an, aber keiner ist zu Hause. Mir Hündchen und Wein aufzuzweigen. Vor allem den Wein. Nein. Gott, den würde ich nicht fahren lassen. Kluge Entscheidung. Wobei, sie würde ich auch nicht fahren lassen. Mein Kuggerin. Nein. Mein neuer ultimative Blumenladen wird gebaut. Auch irgendwo im Wald. In der Stadt kann ich mir das nicht leisten. Gott. Die Witze werden immer niveaulloser. Wenn man davon abzieht, dass sie 20 Mal wiederholen, sind meine Witze gut. Und dass sie scheiße sind. Also wenn meine Witze gut wären, wenn ich sie nicht 20 Mal wiederholen würde, dann wären sie nicht so scheiße, wie sie sind. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Okay. Läuft doch herausragend. Könnte fast schon sagen gut. Aber das wäre gelogen. Und wenn ihr das instかten Sie gut werden dürften, dannária Musik. Rüber da. Halt mein Erkenntnis. Dankeschön. Danke schön. Lalalala. Ganz bald. Ganz bald geschafft. Hier, irgendwelche Hässling-Extras. Habt ihr sie da? Rinschneiden. Der Scheiß-Blumentyp macht das immer noch nicht selbst. Was soll das wirklich so? Gott, das ist zu viel zu tun gerade. Ach, scheiße. Jetzt hat der natürlich schon wieder ein Herz verloren. Gut, wie war da mit euch? Chlorolle am Stiehl. Fick dich, hab ich schon wieder gekriegt. So, ganz schnell. Wir haben nicht mehr viel Zeit.